Hallo Leute, ich habe es gestern schon kurz angesprochen, aber heute sage ich es euch noch mal ausführlich, wie ihr in Outbreak ganze Runden überspringen könnt. Ihr müsst als erstes natürlich die Aufgabe machen und wenn ihr die gemacht habt, dann aktiviert ihr hier das Ding und schießt oben auf den Bommel drauf. Oder was auch immer das ist. Wenn ihr genügend Schaden angerichtet habt, dann geht es kaputt und ihr überspringt die aktuelle Runde. Das ist übrigens Original PS5 Ladezeit, ich habe da nichts geschnitten oder so. So lange dauert das, wenn ich da allein durchgehe. Wenn ich mit anderen PS4 Leuten spiele, das ist ja der Äther-Tunnel des Todes. So ist das eigentlich ganz okay. Mal so nebenher, wenn ihr heute schon einen geraucht habt, könnt ihr mal den Like-Button drücken. Und hier nochmal, wie gesagt, einfach wenn ihr das Ding aktiviert, oben auf den Bommel drauf schießen, dann geht es kaputt und schon überspringt ihr eine Runde. So könnt ihr unzählig viele Runden überspringen und so geht die Sache viel schneller. Natürlich würde ich mich am Anfang erstmal ausrüsten und das dann erst bei höheren Runden machen, wenn ich meine ganze Ausrüstung habe. Alles klar, wenn es euch geholfen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein. Peace. 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 Vielen Dank.